Der BVB wird im Sommer aller Voraussicht nach einen Nachfolger für Jude Bellingham brauchen. Einer, der jetzt mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird, ist Gabriel Vega. Der 20-jährige Spanier steht noch bis 2026 bei Celta Vigo unter Vertrag und spielt gerade eine regelrechte Hammersaison. In La Liga steht er bei 9 Toren und 4 Vorlagen in 31 Spielen. Das ist echt schon eine ziemlich gute Quote dafür, dass er gerade seine erste richtige Profisaison spielt. In dieser Zeit konnte er seinen Marktwert von 3 auf 30 Millionen Euro einfach mal verzehnfachen. Sein Vertrag gilt zwar noch bis 2026, ja, allerdings beinhaltet dieser eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro, die für den BVB bei einem Bellingham-Verkauf definitiv stemmbar wäre. Und obwohl Vega, der auch oft auf der 8 zum Einsatz kam, bzw. hauptsächlich sogar, seine Fähigkeiten eher in der Offensive hat, so sind seine Daten, was die Defensive angeht, jetzt auch nicht wirklich super schlecht. Einfach mal ein kleiner Vergleich, Vega führte 240 Zweikämpfe und hat davon 48% gewonnen. Bellingham 442, 58%. Luftzweikämpfe 30, davon 49% gewonnen. Bellingham 51% bei 67 geführten Luftzweikämpfen. Ja, gerade bei den Zweikämpfen am Boden ist er Bellingham unterlegen. Allerdings hat Vega definitiv das Potenzial, sich auch in diesem Punkt noch zu verbessern. Man darf an der Stelle auch nicht vergessen, dass es ohnehin unmöglich ist, einen Spieler zu finden, der mit dem Gesamtpaket eines Bellingham mithalten kann. Bedenken muss man natürlich auch, dass Vega bei einem Klub spielt, der im Mittelfeld von La Liga steht. Was man bei Vega auf jeden Fall schon mal sehen kann, ist, dass er ein unfassbar guter Dribbler ist, der oft seinen Körper benutzt, um sich in engen Räumen zu behaupten, bevor er dann ins letzte Angriffsdrittel vorstößt. Für seine Gegenspieler ist er verdammt schwer zu kontrollieren. Er hat eine herausragende Ballannahme und ist in der Lage, in vollem Tempo zu dribbeln. Offensiv gesehen gibt es nicht viel, was er nicht kann. Unter anderem gelang ihm auch das ein oder andere Traumtor aus der Distanz. Er hat wirklich eine fantastische Schusstechnik. Wo er sich aber unbedingt verbessern muss, ist seine Passquote. 78% sind definitiv ausbaufähig. Vor allem mit Blick darauf, dass er nicht allzu gerne abspielt. Auch da muss er sich noch steigern. Was in seinem Alter aber auch völlig normal ist, kann ja nicht jeder schon mit 19 oder 20 alles. Und wie gesagt, defensiv muss er mit Blick auf den Zahlen von vorhin auch noch ein wenig zulegen. Bedenkt man aber seine körperlichen Voraussetzungen, 1,85 Meter und ein gutes Tempo, dann sprechen wir hier aber auch von einer Sache, die sich auf jeden Fall noch trainieren lässt. Da passt es vielleicht sogar ganz gut ins Bild, dass der Schritt zu Borussia Dortmund, wenn sich das Interesse erhärten sollte, vielleicht sogar der richtige wäre, um sich zu einem Topspieler zu entwickeln. Allerdings bekommt der BVB hier möglicherweise eine hammermäßige Konkurrenz. Denn unter anderem wurde er auch schon mit den Bayern, Liverpool und Real Madrid in Verbindung gebracht. Ob er für die Bayern so richtig interessant wird, hängt natürlich von den Abgängen ab. Liverpool wäre natürlich ebenfalls ein sehr passendes Ziel. Und bei Real Madrid gilt er als B-Lösung, sollte man Bellingham nicht bekommen. Der Vorteil gegen Liverpool wäre hier vielleicht die Champions League. Im Endeffekt müsste man den Spieler natürlich vom Projekt Dortmund und den Entwicklungsmöglichkeiten überzeugen. Da es aber einige Beispiele gibt von Spielern, die beim BVB den Durchbruch geschafft haben, sollte das hier vielleicht nicht das allerschlechteste Argument für den BVB sein. Die größte Frage ist aber natürlich, wie tief der BVB in die Tasche greifen möchte. Aber ich sage es mal so, wenn man über 120 Millionen Euro einnimmt, dann sollte man bei einem Nachfolger nicht auf Krampf sparen. Einen Spieler mit Megapotenzial, der sich auch schon gezeigt hat, den sollte man da schon holen. Meiner Meinung nach wäre Vega da eine absolute Edellösung. Sollte man Chancen haben, ihn zu kriegen, dann muss man da eigentlich zuschlagen. Ob es dann am Ende aber wirklich Gabriel Vega werden könnte, muss man halt abwarten. Er wird sicherlich nicht der letzte Name auf der Liste des BVB sein. Naja, an der Stelle jetzt der Hinweis auf ein Skill- und Highlight-Video zu Gabriel Vega in der Videobeschreibung. Schaut es euch gerne mal an, um euch selbst ein Bild vom Spieler zu machen. Und ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und vergesst natürlich auch nicht den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr über den BVB und Transfergerüchten zur Bundesliga im Allgemeinen zu verpassen. In dem Sinne, Freunde, macht's wie immer besser und bleibt am Ball!